Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3 Nemesis. Wir sind jetzt im Zug und müssen die Sicherung reinmachen, den Kabel bzw. Ersatzkabel anschließen und foltern. Ja, natürlich möchte ich das. Sag es immer noch das gleiche? Me hide a part to be in pain and suffering. Ja. Kann man nix machen. Michail! 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 Beide ich! Geh! 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 Michail! Geh! Geh! Get out of here! Hurry! Michael... Nein! Die Brüder sind weg! Es ist nicht sinnvoll! Ja, hier sind wir wenigstens im Glockenturm, ne? Und müssen uns wieder ne Armee voller Zombies stellen Kein Problem, ich hab Munition für alle So, und nun? So, ich glaub mehr bräunlich zu schießen Schießen Das kann ich ja nicht nehmen So Jetzt aber Kannst ja immer noch nicht nennen Aber was mach ich denn da? Ich muss doch zuerst den Schlüssel nehmen So, jetzt hab ich ihn dabei Ach komm, wir nehmen die Schropphinte Oder? Sollen wir die nehmen? Das legen wir ab Das legen wir auch ab Und das auch Dafür nehmen wir die Schropphinte Und die 60 Patronen von der Schropphinte Hier ist kein... Ah, scheiße Okay Nein So Carlos! Danke, Carlos, danke 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 Und falls es nicht so... Also, falls es... Ähm... Hier Ich bin ja auch nicht so... Ich bin ja nicht so... Ich bin ja nicht so... amt da hier kommt er erstens dass ihr da seid kann ich ruhig die kräuter sammeln so und jetzt weglaufen sonst gibt es ja keine kräuter so und hier ist ein minenwerfer erhält noch was in der hand operation instructions hier haben wir erst sehr viel spray und eine karte und hier ist glaube ich die andere musicbox die welche schief das ist die falsche musicbox alles klar gehen wir hier rein hier 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 So geht's auch, ne? Ein altes Piano. Mal schauen, was sie dazu sagt. Ja, sieht auch so aus. Es sieht aus, als wäre es... Ja. Eine lange Zeit hier. So. Den Minenwerfer brauchen wir nicht. Ich könnte euch zeigen, was der kann. Aber gleich kommen zu viele. Ah, okay. Okay. Nochmal das. Ein anderes Mal. So. Clock Tower. Das hat nichts Gutes zu deuten. Puh. Das war knapp. Oh, hier hätte ich zeigen können. Na ja, gell. Na toll. Hat ja sehr viel geholfen, ey. Am Arsch. Bei denen hätte ich das machen können. Aber hier ist wieder rotes Kraut. Yeah, yeah. So. Ja, möchten wir. Ja. 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 Eine Musikbox. So. Das war Up. Down. Up, Up ist ja richtig. Down und Up. Fertig. Tada. okay dann muss ich gleich schneiden ok leute wir sehen uns gleich zu resident evil 3 bis gleich leute